Herzlich Willkommen bei Let's Play Hello Kitty Online Part 2 Letztes Mal haben wir ja schon sehr erfolgreich unsere ersten Gegner besiegt, die ersten Eroberungen geschafft, das Tutorial durchgespielt, Charaktereinstellung, Skillpunkte verteilt So und jetzt wollen wir langsam mal mit dem Quest anfangen Ja, ich muss jetzt zum Polizisten Sicherlich Verbrecher jagen oder einen Vergewaltiger schnappen Ja, einfache Tor-Quest, easy going Ist dann hier bei den New Visitors, Search, Guardian Aha, vielleicht kriegt man Gundams So ey, jetzt habe ich mir das vorhanden Ich habe es einfach mal Keh wie süß Is das mein Kämpfer? Nicht schlecht Das ist so eine Abhandlung von der Boa Constrictor Oh, Minigames Ja Versuchen wir es doch mal Oh, ein neuer Besucher Sprich nochmal mit mir und ich gebe dir ein Geschenk Och du Gerda Okay Cool, Digga, weißt du hast irgendwas gesagt Vor wegen Minispiele Wohl nicht Okay Der hat wieder Der hat noch nicht Da sind übrigens die Bohr-Konstruktors Ja Da kommen wir aber gleich nochmal hin Jetzt gehen wir erstmal außerhalb Wir müssen glaube ich diesen Dingern folgen Also schon mal sehr interessant Es hat keine lineare Story Sondern scheint eine Open World zu sein Soll ich nun rüber? Ich versuche es einfach mal Hallo Kitty Ja super Multiplayer wusste ich doch PvP gibt es auch Ja Der sieht mir aus wie der Böse Das ist der Böse Der ist schwarz und hat einen bösen Blick Der ist böse Äh Aufgaben Wieso ich denn dem komischen Das dir Dir folgen Ach wisst ihr was Ich gehe jetzt erstmal zurück Und mache diese Warte Versuch es noch einmal Was ist das jetzt erwischt? Was zum Teufel Das ist echt schwer zu Aber das liegt daran Weil das hat auch diese Ähm Unausgereifte Crytek 3 Engine Boah Ich mag die nicht Hätten sie das Spiel Vor dem Update Einfach auf Crytek 2 Lassen können Ja Da wäre die Steuerung Auch viel flüssiger Aber nein Immer alles Neue Nur weil sie Crysis 3 Unbedingt Ein Schnippchen Schlagen wollten Naja So jetzt haben wir uns aber Das Außengebiet hier angeguckt Jetzt gehen wir wieder zurück Okay Bevor wir diese Quest Jetzt weitermachen Nein Wir bringen jetzt erst die zu Ende Ich wette die muss ich bei Hello Kitty abgeben Natürlich muss ich sagen Hello Kitty abgeben War ja klar Naja Spielen wir jetzt mal die Minispiele Mal sehen ob ich jetzt Ordentlich einen auf die Fresse kriege Baseball mit einem Oktopus Ich kenne viel was mit einem Oktopus Zu tun hat Habe ich etwa nicht mal einen Flash Player Ne Anscheinend habe ich kein Hat sich mein Windows gedacht Ich funktioniere einfach mal die ganzen Monate Ohne Probleme Auch wenn du keinen Flash Player hast Halt jetzt was Dann gehen wir jetzt erstmal zu Hello Kitty Und die Minispiele zeige ich euch dann Im nächsten Ich glaube nämlich dass wir oben bei Hello Kitty Die Quest abgeben müssen Allein der Soundtrack Allein der Soundtrack Boah für den Soundtrack Würden manche Leute töten Episch heißt bei jedem Final Fantasy Ja ich wusste es Passt mich direkt die nächste an Ich habe die in Frage Lass ein Was haben wir jetzt Ich habe dich Ich habe dich Ohne Ich habe dich Ich habe ihn Ich habe dich Das ist wieder die böses Ding, aber wo ist Shiro Usa? Geil So Ähm Post Shiro Usa, wo ist er denn? 博ier Stufe Wieso? Wieso wird die Squest ja nie auf der Karte angegeben kollega meister? Schade, am meisten jetzt ist er so... Lauf, laufe, 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 laufe... Nicht mal WASD-Steuerung haben sie reingebaut. Fuck, verdammte... Ja, da ist doch einer. Ja, ja, ich hab keine Freunde. Okay, ja. Ich muss einfach noch einen zweiten von den Westfiechern. Oh, nein. Äh... 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 Nein... Chiruza, da ist sie doch, ey! Oder ich brauche erst alle... Ich werde noch ausrasten bei diesem Spiel, ich sag's euch. Ganz langsam und ganz sicher. Das wird noch ein sehr langes Let's Play, wenn ich hier nicht weiterkomme. Ja, klar, gib mir hier ein paar Schneckchen. Dann hast du dich gern. Ja, ich hab dich die Dinger her. Ja, ich bin da. Oh, das ist doch... Ich brauch noch einen Ja, an die Fresse Scheine ich euch jetzt geschafft zu haben, ne? Okay, ähm, nee Ja Ja Okay Ähm, komm, das Top nehmen wir Ja, ja, immer ein Tor und Zack Da wenigstens mal was an So, genau hier geht's nächstes Mal auch weiter Aber bis dahin Paris, Athen und auf Wiedersehen Euer armer Dragon